Was? Ich hab da auch das letzte bringen wenigstens. Da fällt mir auch immer noch zwei. Also beziehungsweise eins, ein Teil weiß ich noch nicht, eins, zwei. Und alles andere hab ich schon einmal zu wenig gefunden. Zwarer Magdaraus, kaum weiß ich, wo ich es herkriege. Bleurer Hovi, Feuerzellenstein, das werde ich jetzt bekommen haben wir mal irgendwo. Ja. Das Problem ist halt, dass die alle, dass man jetzt halt auf das Explosions-Scheiße dabei auskriegt, dass ich ein bisschen anderes hab, ist eine Waffe nicht sinnvoll unbedingt. Ich kann im Moment kein anderes machen. Das ist ein Schnur-Trop, müsste ich mal schauen. Das war ein Lico, das haben wir immer. Lava Dosset. Okay. Das ist das Gute. Okay. Lava Doss Schuppe, da brauchst du noch einen Rest. Gecko. Ja. Ja, bitte. Ich meinst, dass er halt was nachts. Gecko-Hoffe. Ja. Weile. Da haben wir Gecko-Hoffe. Ei, 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 ei. So, mein Bude ist voll eingerichtet, jetzt haben wir die Viecher. Ja, gib Gas. Hm? Der Handelshof. Rede mit der Wild-Expertin. Das ist ja der Schlimme. Der Schädel schaut so komisch aus. Ausrüstung-Impfung. Da. 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 Das kocha. Bloß. Das Gerät kann. So, dann ist die Bude auch voll bei mir jetzt. Alles voll mit Viechern, darf voll ja auch Meisen wandern. Puh, so wie geht es da jetzt weiter? Ja, Männchen, wir gehen näher Gigante, das ist gar nichts. Es wäre halt nicht schlecht, irgendwie wieder einmal andere anbringen oder so. So. Uraganer jagen, Alter. Uraganer? Also dein... Uragan. Ja, ich hab das alles schon jetzt gemacht. Du hattest jetzt den Paranus, äh, den Haare gemacht, du hattest den Paranus. Er jage Paolumu, den soll der einmal machen. Aha, okay. Hm, ja. Es ist soweit, wir gehen den Nergigante, der Drachen älteste, der Drachen älteste Frist. Biene. Wer, was, was, was gemacht? Ja, wot, ich muss nur das da... Hey, Partner! Wir sprechen alles mit der Ehre. Ein Großgyroshaube, bloß wüsstern wir den brauchen. Nichts kann uns aufhalten! Was hab ich überhaupt für optionale Quests? Neue Quests. Neue Quests. Was hab ich denn da offen lassen? Okay. Optionale. Event habe ich das da, ja. Boah. Stufe 6 hab ich alles vorst. Schau, das ist auch eine Event-Quest, Wild-Turm-Boll-Lehrer, Alter. Was da war, wüsst. Was? Event? Ja, ja, ja. Event-Quest. Ja, ja, ja. Alle Ziel-Monster. Alter. Da ist er zappert. Das sind 50 Minuten, ne? Ah, ja. Ist das normal oder Hardcore? Ja, Hardcore. Stufe 13, ne? Oder höher. Schnapp den Schnapper, fang einen Kuru-Yaku. Das, das... Also das sind noch die... Kura-Garn. Zweimal. Das hab ich noch. Liefere 20 Naren-Kakteen, Alter. Dann mach ich dir die Zora. Boah. Ich hab noch so ganz... Ja, mal Jagers jagen. Zweimal. Das ist gemütlich, ja. Ben... Ja, warte so. Ich will so nur dessen fahren. Ben, ja, Ballon. Ich hab mich da schwer zu verdauen. Ein Jahr einen Großjager sehen. Ich schlafe mittlerweile ein Jahr einen Rathian. Ich schlafe jetzt hier eine Kuh. Ein Miau um Hilfe. Töte 13 Gastro-Ton. Ein Anteiser Camilla. Das sind Saison. Das kann man... Das ist ein Guitas. Toto-Garma-Drama. Ein Jahr einen Toto-Garma. Ein Lotto-Toto. Das ist ja der eine komische. Und was ist das? Rathalos in Blau? Ein Jahr einen... Die Rose schön. Ein Jahr einen Rathian, ja. Legiana. Otto-Gora. Ein Jahr einen Lava-Suite. Ein Jahr einen Urogram. Ein Jahr einen. Ein Jahr einen Lava-Suite. Ein Jahr lang. Das ist mein Problem eigentlich, als ein anderes. Scheiße. Irgendwann werden wir wieder was Neues brauchen. Ist ja was aus Dimension 2. Upgraden kannst du es, ne? Der Kommandant hat uns offiziell grünes Licht gegeben, den Niergigante zu erforschen. Jetzt sind wir mit neuen Informationen bewahrt. Der Niergigante ist ein Drachenältester, der andere Drachenälteste frisst. Und ich dachte, mein Appetit wäre verrückt. Ja, genau das. Jedenfalls wissen wir jetzt, warum der Niergigante nur während der Ältestenwanderung erscheint. Weil für den Niergigante eine Ältestenwanderung ein endloses Buffet ist. Ein Buffet, bei dem er sich richtig viel Energie holen kann. Die Sache ist, der Niergigante hat die Chance auf seine Hauptmahlzeit verpasst, als wir den Zora Magdaros aufs Meer hinausgelockt haben. Also ist er zur Heimat der Ältesten aufgebrochen, um andere Drachenälteste zu finden, über die er sich hermachen kann. Das würde erklären, warum alle Drachenälteste so aufgebracht sind. Der Admiral wartet jedenfalls vor Ort, wir sollten zu ihm gehen. Aha. Mache eine neue Quest bekannt. Achso, das muss ich gleich. Da kann ich gar nichts anderes tun. Ui. Eine Wunde und ein Verlangen. Da muss ich Kollegen hinkennen, oder? Dodo, Mann, Panzerung ist geil. Der hat Explosionsangriff 2. Ah, sie kann sich abbrechen. Dodo, Rüstung, das ist super. Der hat nämlich Explosionsangriff 2. Das hat meins auch. Ich habe Explosionsangriff 3. Achso, stimmt. Probierts mal. Stimmt. Einen Stöpsel leer, das wäre interessant. Da unten will noch etwas von mir. Jetzt wollen die wieder etwas von der Forschungszentrale. Ha! Meinst du, du könntest einem alten Mann bei seinem Problem helfen? Das Lager in der Kantine sieht wahrhaftig karg aus. Und ein leeres Lager bedeutet leere Mengen. Unser guter Chef kommt sich betrüppelter als ein Abtonot auf der offenen Seehaus. Und ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Darum brauche ich jemanden, der mir auswirft. Ich schreibe dir eine Lieferanfrage aus. Erreise mir die Ehre. Vorne Doha, Rückenpanzer hast du. Bombardierschaden. Ja. Das ist halt die Frage. Superwaffe. Jetzt schauen wir mal, was der andere für ein Equip gibt. Wer? Der komische. Der Neige? Mhm. Vielleicht gibt der irgendetwas, was wir brauchen können. Weil ich weiß nicht, was ich mit den anderen sagen mag. Das ist so schwer. Ja, wir müssen da... Ich glaube, wir müssen mal wieder was anderes wahrscheinlich nehmen, weil... Ich habe es jetzt ein Upgrade gegeben, ne? Ein bisschen verstärken, ne? Ja, meins habe ich auch Upgrade, bis das geht nicht mehr, aber... Die sind jetzt das geil von mir, ne? Naja, die anderen sagen, sind schon auf Stufe 1 schon besser, ne? Mhm. Was ist das so? Ja, schauen wir mal. Questtafel. Hier kann ich gar nichts machen, da. Aufgaben. Das kann ich da brauchen. Eine Wunde und ein Verlangen. Abschließen. Kommen wir da überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Muss ich jetzt erst auf der Lahn. Ja. Ja. Starten wir da. Ja. Geht nicht allein. Schauen wir mal. Dann muss ich mal mit dem Punkt irgendwann ausschicken. Mhm. Wie ein Gigante entdeckt. Ich habe ihn schon gefunden. Das ist ja fast weg. Aha, der hat sich für mich da einen aufgedruckt. Hat er ihn aufgedruckt. Endlich ist es schon ein. Die Ökologische Feuchtungszentrale hat einen Probiervorteil geschickt. Er hat gesagt, sie warten weiter. Ihr habt es geschafft. Und auch noch wirklich. Das gefällt mir. Der Gigante hat versucht, den Sora Magdaros zu fressen und es nicht geschafft. Ja. Er ist auch an anderen Drachen ältesten gescheitert. Und jetzt ist er hungrig und wahrscheinlich auch ziemlich sauer. Ach, du brauchst keine Warnung von mir. Nicht nach all dem, was du schon durchgemacht hast. Was meinst du? Bist du einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Natürlich. Alter, ist das gar schon das Ende oder so? Mann, was willst du noch dem noch großartiger an dich besiegen, gell? Tja. Das ist die Frage. Jetzt gehen wir was essen. So, essen. Hau mal. Was piepst du denn da? Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich bin ein Nekrofil. Ja. Hallo, ich habe. Jetzt sind da nicht einmal andere Viecher oder was? Ich weiß nicht. Jetzt schaut alles so leer aus. Keine andere Viecher oder was? Ja anscheinend hat er alle vergessen. Äh, gegessen. Bin ich halt baueer Hunger? Hallo! Hallo, hallo, hallo. Ich auch. Ah, jetzt habe ich die Quince. Ah, wieder rein. Okay. Okay. oh not signal not signal mayday mayday Los Angriff, kannst du mir im Ohr schlägen. Alter, wo ging's die Dätschen? Ich mach vier Schaden, Alter. Vier hab ich Schaden gemacht. Hast du das Ding ausgeschossen? Ja. Dann werde ich zu dir kommen. Ja. Geh er jetzt schon? Ja. Depp. Er ist nicht komplett irre, der Typ. Dann muss ich höhlen da. Woher nicht noch? Dann komme ich zu dir. Ja. Gibst du Angst? Ja, ja. Äh... Quest beidritten. Auf Notzeit reagieren. Hochrangig. Blablabla. Auf Aufgabe. Wo iss ich denn da? Hm. Ist schon Aufgabe, oder? Ja, normal schon. Also hier hab ich auch geschossen, oder? Ja. Auf Notzeit reagieren. Ist ja egal. Abbrechen steht da nur. Ja. Wohlmehr nicht. Aufgaben. Eine kolossale Aufgabe. Ja. Da kannst du bei Aufgaben direkt beitreten, oder? Ja. Na, es ist gut. Oder Notzeignal geht auch nicht suchen. Ich suche ja Notzeignal. Hä? Logik will beitreten bei mir. Das gibt's ja. Da sind schon zwei beitreten bei mir. Ich find's nicht. Das ist bei mir nicht da. Eine kolossale Aufgabe ist da. Ja. Aber ich bin voll. Ja. Ja. Vielleicht ist der State Swing schon gewonnen, oder? Naja. Zwischen gerissen und die gewissen wahrscheinlich die Leute. Ja, sauber. Die hätten die schon. Weil sie geklafen ist auf einmal. Der ist hier natürlich. Die rafen schon. Aha. Bitte mal Spuren sichern. Ah. Hinter mir. Der legt mich doch am Arsch. So. Ich brauche eine Hustenzucker. So will ich das nicht. So will ich das nicht. Aber der hat mich abgesetzt. Ah. Skywater. Ich weiß, wenn wir ein K-A-T-Z. Komm an Abba. Bei dir auch schon? Mhm. Ja, das hast du schnell gemacht, oder? Alle nehmen wir mit. Nehmen wir noch mit. Der Munzi. Dämonenmittel, den wir auch mitprobieren. Alter. Ja, ob das nicht schon der Reiz, der Boss ist dann. Oder so, hast du zumindest von der Story mäßig gehört? Ja. Was soll noch kommen? Na. Das Dämonenmittel, mal probieren, wie das tut. Grün. Ja, ja. Döte der Gigante, ey. Aber er ist schon da. Meine Freunde auch, weil... Ich glaub, ihr laden. Hoppa. Wir laden so. Bist du aus, ihr laden? Aha, die nutzen die Farne. Da sind sie am Dock an. In der Höhle. Die Stalagmiten. Bitteln. Aueee. Aueee. Da zieh ich der Ding weg. Ist das total, das Viech. Die reißen sie ja extra noch drum. Der wird halt gut, dass er kriegt, können wir. Ja, anscheinend, oder? Das hat er von mir gekriegt schon. Eieiei. Ich muss wieder weg. Ich bin, glaub, der Einzige, der, was immer so niedrig HP hat. Und ich kann nur, was immer so niedrig geschnattert haben. Und ich weiß, wie viel in dir ist. Du hast nur gewENNstattet. Der wäre kranker風. Der fachsäkter hat. Der fachsäkter hat im Ziel. Wir sind jetzt hier. Women sind die Runde. Ich bin schon so blöd herupfen, ich bin schon fast drin. Der springt immer herum, Alter. Ja Alter, der rennt nicht mit dem Kuss, aber du bist schon fast drin. Ja, das muss ich echt aufpassen. Ja Alter! Ich bin schon hin, Alter. Ich bin ja auch mal verreckt. Ich bin schon hin. Was hast du denn die anderen machen lassen? Alter, ich bin jetzt einmal weggekommen, ich bin so ein bisschen raufgesprungen von irgendwo. Alter, es war gut vorbei. Alter, ich gebe mich schon. Nein, der eine reitert die ganze Zeit und der eine schießt die von der Seite noch. Alter, ich bin froh. Ich habe einen Kuss auf mich. Mann, das schreit er wieder. Ja? Ich weiß nicht, Alter. Da war ich ja auch nicht gewohnt. Schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg, schnell, weg. Ich kann nicht mehr weg gehen. Ja. Alter. Ja. Ich bin extra auf Megatranko, ich glaube nun, Alter. Ja. Keine Chance, Alter. Ich hab'n. Rundkopf und das wollte ich auch nicht. Ja, meine Freunde, die werden das für mich richtig machen. Du kannst nur ruhig sterben. Ja, ja, ja. Und dann nur noch den Lund. Nehmen wir diese Kristalldinger mit da. Die Kristalldinger. Ich probiere von da weiter. Der Arne Fighter da mit... Alter, ich habe keine Energie mehr. Der KBZ ist also oben in der Nummer 8. Scheiße, zweitemal verreckt. Ich glaube, ich bleib im Dorf. Ich komm schon. Ne? Die warten ja nur auf mich, weißt du. Ach, ich bin schon. Sein Schwanzerl hat von mir schon übergekriegt. Hab ich sie ja dreimal drauf? Ausrüstung ändern, ich weiß nicht, was ich ändern soll. Ja, das ist ja das. Ich weiß nicht, was ich anlegen soll. Da baue ich wahrscheinlich viel Abwehr. Ich bin nur am Ruhlen. Ja. Ich glaube, ich werde das... Oh ja, der trifft mich aber auch bei jedem Scheiß. Was? Ja, meck ich, ich glaub' da schau' ich ein. Wenn ich jetzt umgege, dann... ...kann wir verloren. Wo ist denn so ein schönes Kissen? Die sind besser dran oder ohne mich, sag ich mal so. Ich komme nicht einmal zu, wie. Ja sicher, jetzt hat er geschrien und dann... Auf den Schälen ist immer gut. Vielleicht finden wir zu uns. Aber was hat er nicht getan, hat er sich eingroben gehabt oder? Er geht bei uns, er humpelt schon. Okay. Ich weiß nicht, ich sehe nicht, ich bin jetzt im Lager wieder zurück. Er humpelt. Aber die anderen haben alle voller Energie. Ich weiß nicht, halten die auf mich? Kann ja nicht sein, oder? Haken die. Alter Schwede. Der ist unser ultimatives Set, oder was? Ja wahrscheinlich, das wären schon andere. Kann doch eh was sein, ne? Kann ich jetzt schauen, da haben wir Gruppen oder irgendwas? Will er irgendwo? Nein, 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 Alter, ich bin gar nicht da. Ich bin ganz weit. Alter, der Schierste, der da unten oder was auch aussieht. Nein, ich will nicht, Alter. Ich traue mich ja gar nicht so viel, ich weiß nicht. Aber der krocht schon. Ich traue mich da nicht rein. Ja, geht schon wieder? Ja, aber ich. Alter, ich komme und... Ich schieße sie nur an mit dem Ding. Mit dem Schleuder. Ich schaue mir das von hinten an. Da geschickt. Ich will da weg. Der ist ja so schnell, Alter. Der dreht sich, Alter. Der springt schon wieder ins Knack, Alter. Ja. Irgendwie will ich mit dürfen, ich traue mich nicht. Ja, ich weiß das, ich weiß halt. Ich kriege zwei Touchen oder was und dann bin ich wieder da. Ja! Er ist umgefallen, ich glaube es nicht, der Link. Wie geht so was? Wir haben ihn geschafft. Er ist da. Ist er hell? Ja. Ich habe ihm zugeschaut. Passt. Am Schluss aber mit der Betrage. Aber trotzdem. Damit der Tablet ausschaut, gell? Ja. Ich muss da weg, Alter. Ist ja arg. Ich werde mir einen Prank reinhauen, damit das Pool ist, Alter. Ah, ne. Einmal muss ich in jedem Zeiner zahlen, dafür. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ich hole ihm genau ins Knie. Oh. Oh. Ich bin weg. Ich will ja eh weg. Ich kann nur nicht. Boah. Du Schwein. Ich wollte das gleich anhopfen wieder. Der eine hat das Knochenset an bei mir, das Fuhle. Der Logik. Du musst es halt auch damit umgehen können, ne? Wir haben also Drachenälteste die Drachenälteste fressen. Wunderbar, jetzt wird so einiges klar. Vielleicht fliebt er ja einfach weg. Wie hätten wir das vor der neuen Welt wissen sollen? Ja, sicher, Alter. Wieso immer auf mich? Es sind so viele da, du gehst auf mich. Wer ist denn? Ah, der KTZ ist gestorben. Der Trautl, Alter. Das ergibt's denn? Das würde nie alles. Mein Gott, wenn ich den Schwanz hätte gern geholtet, wo ist der Trautl verrecken, Alter? Was, habt ihr es geschafft? Na? Scheiße. Der ist das zweite Mal ohnmächtig geworden. Also, bereit zum Aufbruch? Mein Gott, ist der schlecht. Ich glaube, Bewertungsschreiben, ne? Ah, wirklich wahr. So laut aufpassen, was muss er nicht mehr rumrennen, wenn er es anscheinend rein kann. Ja? Nein, ein Teil des Puzzles fehlt noch. Da hätte der Zug abgeschlossen, was? Was kann ich ihm bitte liefern? Wie kommt es, dass sich in diesem Gebiet so viel Energie angesammelt hat? Genug Energie, um solch eine Bedrohung anzuloggen und ihren Lebensraum wechseln zu lassen. Was passiert nicht von selbst? Boah, Alter. Aber ist nicht der Ausgang, geht noch weiter, oder? Ja, ja. Da kommt sie ja noch ein Fisch. Da fragen wir halt nur... Die Großmutter wird natürlich der Erste. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wo schmeißen der mich immer hin, Alter? Das wird aber im Logo ausgeschmeißen, dass sie... Ich sie kaum aus. Na, irgendwo. Was ist denn das jetzt immer für ein Dreck? Ne, Mann. Der Jägerstufe 14 bin ich aufgestiegen anscheinend, oder? Du bist ja wahnsinnig. Besser geht es kaum, wenn ein Ding so ein gekriegt. Notleucht zu einem Abfeuern. Ich glaube, ich steig da noch nicht dazu ein bei dir. Ich nicht, dass die Leistung oben... Okay, kommt her. Der Rad ist somit zusammengetreten. Wie ihr wisst, war der Nergigante in die Heimat der Ältesten hinabgestiegen. Ich mag den jetzt so, oder? Und hat dort ganz schön für Unordnung gesorgt. Das ist langweilig, ne? Da sich der Nergigante von Drachen Ältesten ernährt hat, könnt ihr euch denken, dass jedes Monster dort jetzt aufgeschreckt ist. Anfangs dachte ich, wir könnten das Problem lösen, indem wir die Nergigante eliminieren, aber unglücklicherweise war das nicht der Fall. Trotz unserer größten Mühen ist die Situation eskaliert. Drachen Älteste auf der Flucht haben damit begonnen, in andere Gebiete einzudringen. Das merkst du schon beim Namen. Inzwischen finden wir Spuren von Drachen Ältesten fast überall, in den Wäldern, in den Wüsten, sogar im Tal der Verwesung. Ich kann da die Codes Black Dog nennen, das ist ja sinnlos. Kein Hotdog oder was weiß ich. Unsere Leute haben die Spuren bislang drei unterschiedlichen Drachen Ältesten zugeordnet. Die Betonung liegt auf... 102? 102? 3 Paul 75